Zulzul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, heute starten wir dann endlich mal mit unserer Reise nach Batuu, denn das gleichnamige Päck habe ich ja jetzt noch gestellt bekommen im Zuge des Electronic Arts Game Changer Networks. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, das ist zwar schon eine ganze Weile draußen, aber ich hatte es mir noch nicht geholt und jetzt hatte ich das noch bekommen, da da jetzt auch wieder eine Zusammenarbeit startet. Ja, ich will mal ganz kurz gucken, ich sollte mich wahrscheinlich mal noch hinlegen und wirklich gucken, dass ich dann morgen da ganz fit rein starte, wenn wir dann unsere Reise beginnen. Ich habe jetzt rausgefunden, nachdem ich in der letzten Folge ja so ein kleines bisschen, ja, überfordert war, damit dahin zu reisen, habe ich jetzt rausgefunden, dass das nicht über den Menüpunkt Reisen geht am Telefon, sondern über den Punkt Urlaub nehmen. Das heißt, wir machen in Batuu Urlaub. Das Outfit hatten wir ja schon soweit zusammengestellt. So, ich würde mal sagen, ich schmeiße mich direkt schon mal raus hier aus dem Bett. Essen muss ich erstmal noch nichts. Und ich jammere. Und ich würde mich ganz gerne blitzflank zaubern, das geht schneller als zu duschen. So, es ist heute ein warmer Tag. Aber ich würde sagen, Outfit ändern. Gehen wir schon mal hier in unser Batuu Outfit und Urlaub nehmen mit Floki. Geht es dann heute mal nach Batuu. Ich weiß nicht, wie lange wir da dann bleiben werden. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht irgendwie Schweine viel Geld kosten, weil wir haben halt nicht Schweine viel Geld. Und ich weiß, dass ich Geld ercheaten kann, aber ich möchte ja kein Geld ercheaten. Das Lager des Widerstands befindet sich tief in den Wäldern von Batuu. Es heißt, wie Moradi, die berühmte Spionin des Widerstands, würde sich dort aufhalten. Du musst dir allerdings das Vertrauen des Widerstands verdienen, bevor sie dich mit offenen Armen empfangen. Black Spire Außenposten. Das ist der zentrale Umschlagplatz von Batuu. Hier findest du den Unterschlupf Ogas Cantina mit Doc Ondas Antiquitätenhöhle und zahlreiche Anbieter von Speisen und Getränken. Auch hier ist es übrigens wieder so, dass wir die Rezepte, wenn wir hier was essen, dann lernen wir das Rezept und können es in unserer normalen Welt nachkochen. Und Bezirk der Ersten Ordnung. Das ist der Sektor auf Batuu, der von der Ersten Ordnung besetzt wird. Hier findest du Leutnant Agnon. Wie gesagt, ich kenne mich im Star Wars Universum nicht so richtig aus. Und das Druid-Depot, falls du dir einen eigenen Druiden-Kumpel anschaffen möchtest. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Definitiv. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier vielleicht erst mal zum Außenposten. Wenn das so der Hauptumschlagplatz ist, dann denke ich mal, ist es am interessantesten, wenn wir uns da erst mal umschauen und vielleicht so ein bisschen uns mit den Bewohnern von Batuu unterhalten. Oha. Oha. Ich würde ja ganz gerne zum Widerstand gehen. Also das plane ich auf jeden Fall schon mal ein. Willkommen auf Batuu. Auf Batuu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Credits. Und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleons und Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn der Karriereleiste für deine erste Mission an, die Karriereleiste für deine erste Mission an, um den Einstieg zu finden. Okay. Oh, okay. Jetzt sehen wir ganz anders aus. Ach, wir können Floki hier nicht mit hinnehmen. Das ist schade. Oh ja. Direkt erst mal in eine Kantine einkehren. Was müssen wir denn hier machen? Batuu Outfit im Unterschlupf planen. Im Unterschlupf auffrischen und Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Sind wir hier bei Docking Bay 7? Nein, das ist Ogas Cantina. Millennium Falcon Scan. Zur Lichtschwert-Herausforderung. Oh. Essen bei Ronto Roasters. Da, das blinkt. Essen bei Docking. Großartige Klänge, weil Musik gehört hat. Nichts muntert ein Sim so sehr auf wie die tolle Musik. Das blinkt uns hier auch so ein bisschen direkt an, dass wir sehen, was unser erstes Missionsziel ist. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr angenehm. Wenn man sich hier noch so gar nicht auskennt, dann ist das schon eine angenehme Hilfe. So, und das sind unsere Credits sehr wahrscheinlich, nehme ich mal fast an. Okay, hier können wir aber nicht reingehen. Strono Cookie Tux. Strono Cookie Tux, der Meister der galaktischen Küche, wird ein Essensfrachter, der in der gesamten Galaxis bekannt ist. Er arbeitet derzeit hart und serviert seine einzigartigen Speisen im Docking Bay 7 im Black Spire Außenposten. Außenposten Popcorn-Mix, Wasser, Batuu Bonn, Lava Rolle. Wir nehmen erst mal nur so eine kleine Portion davon. Guck mal, sieht auf jeden Fall lecker aus, finde ich. Jetzt haben wir das Essen schon mal bestellt. Wir müssten uns jetzt im Unterschlupf auffrischen und im Unterschlupf ein Outfit planen. Jetzt ist die Frage, wo befindet sich der Unterschlupf? Da. Guck mal, wie mega cool das hier aussieht, oder? Also, das hat schon Stil. Also, ich persönlich muss auch sagen, wie gesagt, ohne dass ich jetzt großartig Berührungspunkte zu Star Wars hätte. Ich habe ein paar Filme gesehen, aber auch nicht alle. Zwei, glaube ich, sogar nur. Ja, tatsächlich nur, und zwar Episode 1 und 2, die erst später aufgenommen wurden. Ich habe Star Wars The Old Republic gespielt und ich habe Star Wars Battlefront mal angezockt. Aber das ist eigentlich auch so ziemlich alles, womit ich Berührungspunkte mit Star Wars gehabt hätte. Ich persönlich finde es aber interessant, dass man hier so eine Art Quest-System hat. Ich würde fast sagen, die Missionen kann man schon fast als Quest-System bezeichnen. Wie man das ja sonst in so eigenen Spielen wie Sims Mittelalter oder sowas gehabt hat. Warum habe ich keine Brille auf? Das ist unrealistisch. Auch wenn ich jetzt hier in ein Batuu-Outfit gehüpft bin, sollte ich definitiv eine Brille tragen, weil ohne Brille bin ich einfach mal blind wie ein Maulwurf. Da hinten ist ein Stormtrooper. Hat er einen Namen? Da hinten ist noch ein Stormtrooper. Erste Ordnung. Junge Erwachsener. FR 844. Der ist schon ein bisschen höher gerankt, weil der hier noch so ein Schulterpolster hat. Finde ich auf jeden Fall lustig hier mit der kleinen Disco hier drin. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel essen. Da sehen wir unseren Ruf. Genau, jetzt habe ich gelernt, wie man das zubereitet. Jetzt kann ich das eben auch zu Hause machen. Also ich würde dann jetzt ganz gerne mal in den Unterschlupf... Was waren meine Missionen noch mal? Auffrischen und ein Outfit planen. Ach, dann hätte ich das andere scheinbar in der anderen Welt gar nicht ändern müssen, weil wir hier so eine Art eigenen Kleiderschrank haben. Eine Art eigenen Outfit-Bereich. Vermute ich mal. Also ich möchte ganz gerne wieder das hier anziehen. Das finde ich cool, aber ich brauche definitiv eine Brille. Ich brauche eine Brille, ansonsten bin ich nicht blind. Schalalalala. Äh, vielleicht soll ich auf die Brillen filtern. Macht es dann doch um einiges leichter. Äh, da. Äh, das ist... So, und jetzt könnten wir noch ein zweites Outfit. Auswählen. Ja, da haben wir jetzt noch nicht so viel Auswahl. Was hätten wir an Oberteilen, die dazu passen? Hätte hierzu vielleicht ganz gerne noch was. Ja. Was haben wir so für Schuhe? Okay, da können wir jetzt nichts... Wir haben jetzt da keine Stiefel zur Auswahl. Dann machen wir das noch als zweites Outfit. Aber ich finde das hier jetzt eigentlich erst mal hübscher. So. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal unser Batuu-Outfit. Und jetzt machen wir uns noch frisch. Dann haben wir doch schon mal die ersten Punkte abgeschlossen. Und jetzt sehe ich hier erst mal gar nichts mehr, was ich machen muss. Oder war das jetzt nur, dass wir erst mal das hier so ein bisschen kennenlernen? I don't know. Gut, ihr Lieben. Ich würde mich jetzt aber für heute erst mal wieder von euch verabschieden. Die Reise nach Batuu haben wir geschafft. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier dann auf jeden Fall mal langsam umschauen. Vielleicht dann auch schon mal zum Widerstand gehen. Und die mal besuchen und uns da so ein bisschen kurzschließen mit den Leuten. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wie immer Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wenn ihr die Videos, die demnächst noch so kommen, nicht verpassen möchtet. Was eine hakelige Abmoderation. Ich habe es heute echt nicht drauf. Also dann macht es gut und bis dahin. Tschüss. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.